hallo mein lieben freunde herzlich willkommen zurück zu der walking dead im letzten teil haben wir haben wir aufgehört mit dem ende der zweiten episode und setzen jetzt mal nahtlos an in der dritten mit der dritten episode der lange weg und ja geht's go blottepilche 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 previously on the walking dead Ich weiß nicht, warum du denkst, mehr Malus zu feeden war eine gute Idee? Word ist raus, dass du den Motor in willst. Hier ist es nicht gut. Du solltest uns mit uns kommen. Du und Clem. Niemand versucht dich auszutauschen. Das sind die Leute, die mein Camp zu retten. Halt dich! Fuck dich! Du sagst jemanden, wer du warst? Oder du warst dich zu diesem Ort? Das stimmt. Ich weiß, wer du bist. Und ich weiß, dass du bist. Er ist nicht tot! Somebody helfen mir! Komm schon! Wir wissen, dass dieser Mann nicht machen wird! Kenny! Was? Sounds wie ein Auto. Es ist ein verdientes Essen und Essen hier. Wir müssen das, Clementine. Wir brauchen es, um es zu überleben. Don't worry, little girl. Bandits haben ihre Augen auf das Dairy. Ich weiß nicht, dass sie von ihnen Essen verdienen. Du bist sicher. Das Spiel passt sich von den Entscheidungen an. Es handelt sich auf ihre Spielweise. Telltale Games Present! Finds! Some abode mit Skyatoire Entertainment. The Walking Dead! The battle the papa! Es sieht aus, dass es unsere Glückwunsch ist. Ja, vielleicht. Sie tenden zu uns durchzuführen. Ja, die weniger ich sehe, desto glücklich bin ich. Oh, Mann. Hast du deine Meinung gemacht? About what? Wenn es zu der Gettin' die hell aus Macon geht, ich glaube, du bist in der Let's Stay Put-Camp, considering ich habe alle Leute zu verlassen. Vielleicht sind wir mit Lilly. Also, du bist mit Lilly? Und Doug wird mit deinem Scheiß, weil du ihn eine Minute schlugst. Und ich habe, wer? Ben? Das ganglige Scheiß für Brains? Split up. Okay. Just like last time. Over the rig, into the pharmacy, and scrape together whatever supplies are left. We didn't leave much in there. Hey, we're out of options. Something's better than nothing. Shit. You okay? The ladder's come loose. I'm not sure how many more trips she's got in her. I'm not sure how many more trips we've got in us. No kidding. Hm. Looks like she's had it. What now? I'll find another way up. Better gonna move on. Mal gucken, ob wir's finden. Mal gucken, ob wir's finden. Wait. Guy die. What are you doing? You're from this house of time, man. They're blocked by all the fallen concrete. they're blocked by all the fallen concrete they're blocked by all the fallen concrete good 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 Hmm. Hmm. There's no safe way through that mess. They're blocked by all the fallen concrete. Huh. Hmm. Huh. Hm. Also, allein kriege ich den nicht geschoben? Alter, kann ich offen haben. Lillie ist nicht so gut, hm? Sie wird gut. Wenn du so sagst, bist du die einzige, die sie sich nicht mehr überlebt hat. Well, du und Clem. Ich hoffe, es ist nicht wert. Ich habe ihn gefragt, ob er von Herschel in der Nacht gefragt hat. Wirklich? Ich bin nicht sicher, dass er ihn verletzt hat. Natürlich hat er. Was hat er gesagt? Er wollte wissen, ob Herschel's son irgendwie erinnert. Ich bin sicher, dass er nicht erinnert hat. Keine Angst, du bist wie ein Hero in seinen Augen. Das ist nicht so. Du bist sicher für das? Lee, ich bin gut, ich habe das. Gib mir deine Hand. Scheiße! Jesus, bist du okay? Nein, Dick, ich bin schockiert. Geh aus hier! Geh! 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 Ich weiß nicht, dass wir da etwas tun haben. Ich weiß nicht, dass wir da etwas tun haben. Ich weiß nicht, dass wir da sind. Ich weiß nicht, dass wir da sind. Und sie schützt sie alle zu ihr. Behind uns, Zeit. Wir denken, wir sind immer über diejenigen, die wir nicht sehen können. Sie bleibt leben und bringt sie alle aus ihren Häusern. Geh der! Geh, gibdubери! Please! Hilfe! Geh der jetzt! Wir gehen, Pink! Nein, nein, nein! Nein, nein,이트 Syk- Geh der! Geh der! Geh der! Please! No! We should be good to clear this place out, but we ain't got all day. Get everything you can out of these racks. Don't forget underneath the counter this time. I'll clear down here and then we gotta go. Help! Somebody help me! No! 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 Help me! She's gone. There's not much time now. Fuck! Incoming! Come on, Lee! Come on, Lee! Up and over. We're still clear. Let's hustle. Jimmy! Help! Fridge! Fridge! Now, let's fucking get out! What the fuck was that? They're everywhere! You took care of yourself, didn't you? Where are they? Oh no! The mood is quite on the floor. You're back! Ben found some stickers in a drawer and I put them on my walkie. Hey sweet pea, that's neat. I'll find you in a minute. Looks like we got the kid on watch again. What'd you get? Might as well leave a sign out that says the men are going. Come and rape our women and children. Ha. So, what did you get? Lotta stuff. We're fine, by the way. Nice work. This will keep us going. If we carry on like this, we'll get through the winter here. The winter? We'll freeze our asses off here! Because piling into an RV with you after what you did to my dad is so appealing. Why wouldn't it be? You know I'll do what it takes to keep everyone safe. We're already safe. Take a look at the wall, Lily. That's not graffiti. Those are bullet holes. And we got enough arrow shafts sticking out of it to dry our laundry. We do whatever is best for the kids. Doesn't that make sense? It's suicide out there. We'll die in here. You're right. You could see someone sleeping and kill one of us. So, you two are, uh, having a disagreement? Cool it, Doug. Don't boss people around. I'm sorry. Everything can't come down to the same disagreement. Lily's concerns are valid, you know? Of course you think they are. Goddammit, I'm not on anyone's side. Kenny, this is about everyone. What about the food situation? What about protection? What about when this place falls? Somebody's gotta be thinking about this shit. How has this not been working? Um... We have everything we need. Cause of me, Lily. No. Because Lee knows how to take care of people. Not just things. We deal with shit as it comes, just like we always do. And when 15 bandits hop over that wall in the middle of the night? What then? You just gonna deal with that? Everything that happens to us is another excuse for you to pull this crap about leaving. All I want is a week of peace. Of not hearing it. Do you know how we got these supplies? Your pal and I got lucky and let a girl get eaten out there. What? Some girl came screaming out of an alley. She had dead hanging all over her. She gave us enough time to get everything we could out of the drugstore. And you just let her suffer like what? Like bait? Oh God, what is happening? She was dead anyway. It made the most sense in the moment. Lee's right. We've been putting our lives on the line doing these runs into the city. You wouldn't believe the shit we see. We all appreciate it, Ken. Look. Macon and its people aren't saveable. It's not a town. It's full of walkers. And the people who were left are dying and wandering out onto the streets. It's hell on earth. And it's coming. This way. It's not going to be easier out on the road. How would you know? What I know? I know you're not above murder. I know somebody has been stealing our supplies. That's right. Stealing. And I know the list of people I can trust here gets smaller every day. Now everybody get out. She'll get over it. She's riling everybody up otherwise. You understand, Ken. All I know is, whenever this shit happens, I'm the fucking bad guy. I'd like a thank you for once. For once. For once. Hmm. Rough day, I guess. Yep, I've just been calling them days lately. I don't know what it is, but it's probably worth talking to Lily about things going missing. Ever since her dad died, she's been a live wire. And now, if she's paranoid, that's a bad mix. Hmm. Tja, my dear friends. Wir machen hier mal einen Break. Dann können wir mal beim nächsten Stück weiterspielen. Ich bedanke mich auf jeden Fall mal fürs Zusehen. Und wir sehen uns gleich wieder auf der unprofessionellen Endcard. Hallo mein lieben Freunde. Das war The Walking Dead. Und zwar, ja. Ich hoffe es hat euch Spaß gemacht. Und wie immer unten in der Videobeschreibung all die Links zu meinen Let's Plays. Hier ist auch der Link zum Lieben Logo mit dem ich die Elder Scrolls Online Let's playe. Und ja, Abo und Daumen rauf würde mich natürlich freuen. Und bis dahin verbleibe ich es euer Gaming Dragon mit einem heißen Ferio für diesen Part. Und jetzt sehen wir's euch vielleicht auch mal was.